So schön ist Trixie Gieses Hochzeit. Die einstige GNTM-Kandidatin gibt ihrem liebsten Sammy Neo Anfang März das Jahrwort. Und zwar nur rund einen Monat nach der Verlobung. Im Promiflash-Interview berichtet die Influencerin jetzt erstmals ausführlich von ihrem großen Tag. Es war ja die standesamtliche Hochzeit und die haben wir ganz gemütlich mit unseren engsten, engsten Leuten, also Familie und Freunde, aber so, wir waren nur zehn, also es war ziemlich wenig. Das Termin war um zwölf und dann sind wir, haben wir halt noch ein paar Bilder gemacht und dann sind wir lecker im Restaurant gewesen und es war ein mega schöner Abend. Doch bei dieser intimen Feier soll es nicht bleiben. Trixie und Sammy planen nämlich im kommenden Jahr noch eine große Hochzeit. Die Planung ist bereits in vollem Gange. Natürlich haben wir schon genauere Pläne, wir haben schon ein Datum und wir haben auch schon ein Ort. Das Paar kann seine Liebe also schon bald erneut feiern und diesmal dann im großen Stil.